Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf PebbleTube zu Folge Nummer 18 Teenage Mutant Ninja Turtles Cowabunga Edition. Wir spielen jetzt das zweite Mal Turtle 2 Back from the Serious für den Game Boy. Wir sind in Level 3 und spielen weiter mit Danatello. Wir haben unendlich Leben, also ist ganz okay. Akt 4. Es ist schon ein bisschen anstrengend alles. Wir gucken mal, wie es weiter geht. Also es war, es ist... Was muss ich machen? Äh? Okay, hier drüber. Ich hoffe jetzt nicht das ganze Level ist so. Ich hoffe sie... Warum?! Ich hab da nichts geändert! Warum?! Das ist das nächste, dass das in Gericht runterfällt! Warum?! Warum?! Das kann er nicht! Das ist ja jetzt nicht Ihr Ernst! Also wirklich, das ist ja jetzt nicht Ihr Ernst! Okay. Okay. Alter! Also das ist... Ich weiß, sie hatten bloß beschränkte Mittel im Game Boy, aber das ist ja... Absolut katastrophal! Es ist schön, wie er kurz guckt, dass er schnell wird! Es ist schön, wie er kurz guckt, dass er schnell wird! Es ist halt sehr unintuitiv, wenn man das halt aus modernen Spielen so gewohnt ist. Dass man halt läuft und dann springt. Jetzt taste ich mich ja hier bei den Zentimetern vor... Und springe dann erst... Okay! Danke! Ich weiß nicht mal, was es ist... Feuerstrahlen... Ich weiß nicht! Kann ich... Leg mich da am Arsch! Das Kack-Spiel! Habt ihr euch nehmt! Was ist das denn? Aber, wie soll ich denn nehmen? Also, wie? Okay, danke. Alter. Warum? Warum? Warum, blöd, 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 blöd. Was? So, ich bin weg. Wir sind nicht von vorne. Wo kommen denn die Viecher jetzt auf einmal her? Ich bin irgendwie eins, oder fünf. Raus! Was macht das? Ich hab grad irgendwie ein Pattern rausgekriegt, jetzt müsste es eigentlich nach ganz vorne kommen, würd ich sagen. Ne, machts nicht. Wie oft muss ich jetzt treffen? Das hat keine eigene Energie, weißt du. Okay. Okay. Wie soll ich denn... Wollt ihr mich verarschen? Ich kann ja jetzt hier nix mit Game Design zu tun, das ist einfach nur... Was zum... Fucking Henker. Ehrlich. Wooh! Wooh! Das ist jetzt... Wenn das der allmächtige Shredder ist, der tippelt ganz schön an Kinder? Was zum... Das ist alles mehr als irritierend. Okay. 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 Das ist der 5. Über Akt 5. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr seid halt... 12. Auch da will das, ihr habt das zu Weihnachten gekriegt. Was muss ich machen? Das muss ich machen. Ja... Das ist ein bisschen... Ich... Das ist ein bisschen... Ja, das ist ein bisschen... Ich... ...und da ein paar E-Bomb... ...und da ein paar E-Bomb... ...und da ein paar E-Bomb... Oh man, ey... ...und da ein paar E-Bomb... 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 ...aber... ...ich kann ja das zum Beispiel... ...ich kann ja gar nicht verhindern... ...und da spring ich hier hoch... ...und das kommt schon wieder so ein Viech... ...Versteht ihr? Es ist jetzt nicht so, dass ich hier nicht... Wie gesagt, überall kann ja jetzt... ...was vom Pizza-Heini rumstehen... ...und da... 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 ...und... 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 Weil die tippen alle so ein bisschen so, als ob sie gerade auf die Leute müssten, egal ob die Leute oder Food-Soldat. Oh Mann 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 ey. Schieß halt. Aber vielleicht bin ich einfach bloß zu verwöhnt, was neue Spiele angeht. Genau. Und. Und bin halt nicht mehr zu den alten Hardcore-Krams gewöhnt. Wenn ich hier gerade spiele. Bin einfach kein richtiger Gamer oder so. Also ich stelle mir das schwierig vor. Ich hoffe, hier gab es gerade irgendwo zwischendrin. Ich bin ein Checkpoint. Oh, es scheint das Ende zu sein. Ja, ich muss kurz. Naja, passt. Ja, war ja klar. Ähm. Ja, war ja klar. Ähm. Okay. Das ging relativ gut. Ähm. Dass wir den Fliegenmann auch besiegt haben. Ach. Aber es ist halt doof, wenn jetzt hier eine Ebene hinzukommt. Also eine hoch und runter G-Ebene. Ich war nett von ihm, dass er nämlich eine Pizze abbringt. Ich war nett von ihm, dass er nämlich eine Pizze abbringt. Ich wollte springen. Ich wollte springen. Oh. Aber wir schlagen die immer bloß in die Flucht und besiegen sie ja gar nicht richtig, ne? Sprachausgabe! Aber warum ist sie ein Kopf größer als wir? Warum steht auch sie da, als ob sie auf Toilette müsste? Achso. Ich probiere. Aber wenn man das nicht weiß, dass man dieses Rutschen, also weil das halt nicht im Handbuch steht. Woher weiß ich das denn? So. Let's level. So. Shredder und Krang besiegen. Ciess. Komm ich jetzt schon mal da mittendrin wo die Pizza auftaucht Ach komm Ich frage mich eigentlich ob mich die ganzen Spiele wenn die Hintergrundmusik läuft geklemmt werden dass ich sie nicht monetarisieren kann Okay Aber wie ich probiere ja zu springen also das ist ja jetzt nicht so dass ich nicht drücken würde Nein Das war kein Checkpoint Okay Okay Ich vermute diese ein Teil des Level-Gem in der Velocity-Purpose sehen Okay So Weiter geht's Ich weiß nicht ob hier das Risiko hoch ist dass man diese Aber kann ich mich ducken? Ja natürlich Ich packe einfach alles Beschissene in ein Level Raserstrahlen über die ich nicht drüber springen kann weil ich sie zu spät sehe Ich hoffe das ist ein Checkpoint Ich weiß nicht was ich Ich kann nicht Ich muss halt irgendwie Das ist mir ein Rätsel wie ich das schaffen soll wirklich Weil ich kann nicht Also ich kann Okay ich kann über den drüber springen das sehe ich noch ein Aber wenn ich nach rechts schlagen will und eigentlich ein Stück nach links laufen will und Versteht ihr? Also ich muss ja So Kann ihn Wenn ich in ihm stehe treffe ich ihn nicht mehr Ich habe mich jetzt ganze zweimal getroffen Aber Ich Versteht ihr? Ich treffe ihn ja gar nicht so häufig Also ich verstehe gar nicht wie ich ihn so häufig treffen soll ohne selber getroffen zu werden Gab es hier Ich bin froh dass wir unendlich leben haben und ich das unendlich auch probieren kann aber Also ich kann ihn nicht einmal treffen Aber ihr seht was ich meine ich jetzt ihn hoch springe und ihn Ich treffe ihn ja nicht mal Ich habe ja schon vier Dings verloren Bevor ich überhaupt Soll ich treffe ihn ja jetzt hier gar nicht? Fünf Auf Es gibt hier Einen Hinweis für Ich musste das mal ganz kurz googlen Okay, so let's walk some. We checked all. Man muss ja hier erstmal alle Cookies Hä, das ist aber nicht das, ne? Doch Da gibt es noch Game Genie, Gameshock Podes? Das Paul will come in Ah, hey Ah Ah Okay, es gibt noch ein weiteres Level offensichtlich, cool Aber wir sind doch Arc 6, Tunnel Techno Brawl, was ist denn? Also Na ja Also richtig schlau macht es mich nicht Also wir haben wohl jetzt so So, jetzt haben wir uns schon mal eine Energie gespart Weil ich nicht hier mal drüber gesprungen bin, so Ah, goddammit Aber ich weiß nicht nur 5, Mann Ja Okay, 4 Aber so irgendwie muss es gehen Ich weiß noch nicht ganz wie, aber Ähm Ich habe die leise Vermutung, wir schaffen dieses Spiel nicht in dieser Folge fertig zu spielen Verliere zu viel Energie Oh Verliere zu viel Energie Ich treffe ihn halt zu wenig Ja Gleiche Prinzipien vorhin Ja Aber überleg mal, ich spiel ihm halt mit unendlich leben Und du musst dir jetzt irgendwie aufschreiben, welche Strategie am besten ist Gegen diesen Scheißboss Gegen diesen Scheißboss Gegen diesen Scheißboss Und hier ist ja immer noch dieses dämische Fließband, was sich zu ihm hinzieht Oh, der trifft mich halt immer noch vorher Oh, der trifft mich halt immer noch vorher Aber ich glaube, ich habe eine Lösung Für unser Problem Nein Ich hätte ihn jetzt besiegt Okay Jetzt aber Es kommt tatsächlich noch Drei Bosse wohl Ja Mal gucken Eins Aber Ihr müsst euch das halt vorstellen Aha Jetzt habe ich mich da mal hingestellt Ah ja, dumm Ja Ja, ich darf mich da nicht Ich muss ein bisschen später abspringen Ja, glaube ich da halt ein bisschen schneller sein Ja, da bin ich da halt ein bisschen schneller sein Oh Gott sei Dank, ey Okay Puh Aber Wie will man denn das schaffen? Ah, das ist gut, dass das schon ein Checkpoint gewesen sein Äh Ich mache hier mal aus meinen Timer Wir gucken mal, wie weit wir noch kommen Ähm, ich lasse ihn mal irgendwie laufen Weil das noch nicht immer mehr Was? Sawa War 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 Ja, zwei! Was ist das für ein Beschuss? Also es ist jetzt auch nicht so, dass man hier supergeil springen könnte, dass das hier... Also es geht nur mit Damage Boost. Ich muss ein Trefferkästchen. Wenn mir das auf irgendeine Weise funktioniert... Es ist jetzt auch nicht so, dass man hier so ultrageil nach vorne springen könnte. Okay, das dürfte auch wieder ein Checkpoint gewesen sein. Wisst ihr was? Wir machen das große Finale in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit und hoffe, ihr seid auch das nächste Mal dabei, beim dritten Teil von Backphones für das Turtle 2, hier auf PepeTube mit dem Dave. Ciao! So! 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 So!